mit dem Kampf aufgehört aufzunehmen habe dann jetzt 8 Uhr morgens der ich weiß, welcher ist es heute eigentlich der 9. März den Max aufgenommen fangen jetzt an aufzunehmen so gesagt und ja wir sind gerade immer noch beim 1.2. Stockwerk und ich habe so keinen Bock mehr das kommt mit Stockwerk an in den Sektor und ich glaube, es werden sowieso alle rausgeschnitten deswegen wenn ihr wüsstet, was ich hier alles durchmache wie viele Kämpfe habe ich wohl rausgeschnitten das ist unzählige Kämpfe glaube ich jetzt das ist unglaublich einfach mal unglaublich, was ich hier alles durchmache wenigstens hat das irgendein hat das irgendwas Gutes ich level das Schlüsselschwert und ich kriege bald noch ein neues Schlüsselschwert das Schlüsselschwert meine ich ich brauche 120 dann habe ich bin ich level 47 ist ja auch was tolles wieso müssen die Ebenen jetzt so extrem groß sein hallo ihr Leute wir Menschen, die das spielen haben auch ein Leben so level up bekommen wenigstens etwas nein und Leute, dann glaubt mir wirklich diese Items, die ich da links habe in der grünen Spalte da benutzt sie so wenig ich weiß gar nicht, warum die da sind wenn man gut gelevelt ist, dann hat man eigentlich schon gute Chancen 47 hm ok es wird auch nicht schaden jetzt ja wieso wieso das Spiel ja klar ich habe nichts besseres zu tun ne was ich habe eine Idee jetzt übertreibt dieses Spiel aber maßlos mit den Gegnern die jetzt gleich kommen weil die gerade gekommen sind also die Gegnersorte, die ich gerade erwähnt habe sondern das sind die Y-Wan oder wie die heißen ok ich glaube ich von Kraft warte, wie viel habe ich von Kraft blocken Kraft ok der Endboss dieses Dungeon hat jetzt gar keine Chance mehr ich werde ihn so vernaschen dass es geht zu schnell ok hat die höchste Stufe erreicht wollte ich jetzt mal sagen wenn du mal gleich das angucken ach ja was ich erwähnen wollte ich habe mal ich habe mal einfach mal den normalen Kämpfen mal Kraft mit uns also dieses Kraft Versterbungsding die Gegner hat nun gar keine Chance mehr ich habe die so schnell verlascht das ist zwar unglaublich kann ich nicht ins Menü das kann ich nicht ins Menü ok ist nur ein Gegner da das war mal extremer Kampf das waren einfach sechs Indictus oder wie die heißen das kann ich nicht ins Menü das regt mich irgendwie auf was soll man ihn ja sagen was soll man ihn ja sagen außer es wird langsam sperren ja es wird langsam schwer da ist der ausgang okay das ist irgendwie zu dem nicht darüber zu kommen oder komm mal herr komm herr zum papa das kommt jetzt auf mich zu ich glaube es werden mehr als ein das wird mehr als zwei oder drei parts und so weiter geht mit und alles nur kein heiltrank peter die branche bis zum nächsten level aber nicht mehr so lange wenn mache ich das auch noch mit agaba gleich aber nur wenn ich noch die lust dazu habe ich bin endlich lange genug gedauert ich glaube der endpost wird ein ganzes sein für mich weil ich letztlich gesehen habe die bei die bei level 33 waren besiegt haben heißt es dann dass ich ihn eigentlich locker besiegen müsste ich weiß nicht wann kommt das zwischen was ich weiß es gar nicht mehr so rechts hier und hier 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 Irgendwas baselt da auf mich. Ich bin so gierig nach mir, wenn ich das gerade so beobachte. Guck mal, jetzt hat er mich, jetzt hat er mich entdeckt, jetzt freut er sich. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, ich geh aber den Weg. Du heilige Scheiße, Mann, oh Mann, oh Mann. Was guckst du so? Boah, wie lange das noch dauern wird, ich weiß kein Schwein. Ich könnte jetzt einfach abholen, aber nee. Wenn schon, wenn schon, dann hole ich mir alles hier. Mach schon bereit für den Bruch. Ich muss langsam mal einen Cut hier machen. Ach, Mann. Leute, 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 das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal. Wieso haben die Entwickler sowas gemacht? Egal, wenn ich das fertig habe, kann ich hier echt sagen, dass ich der Erste hier bin. Ich kann die letzten Jahren. Also, es gibt ja welche, die bestimmt, dass das auch nicht der NDS gemacht haben. Der das hier gemacht hat. Okay, hier ist irgendwas. So, alles erledigt. Alles wirklich erledigt. Oh. Komm, ich mach das jetzt einfach mal. Fallen, fallen, fallen. Okay, die brauch ich jetzt nicht alle. Die Lachen kann ich gebrochen. Und was bist du? Hoch. Okay, jetzt kommt bestimmt mein Boss, weil der Sektor war sowieso merkwürdig aufgestellt. War aufgebaut, ja. Ja, okay. Gleich müsste ein Boss kommen. Ja, Sektor 25 war das, wo der Boss kommen sollte. Wäre erst mal ein Cut. Okay, ich hab den Partner angeguckt, der war 7.15 Minuten lang. Was hab ich gespeichert? Ich weiß es gar nicht. Egal, nochmal zur Sicherheit. Wenn ich da... Okay, ich hab nicht gespeichert. Puh, okay. Ja. Und jetzt sehen wir uns mal den Boss an. Ja, ein Zwischenboss. Ob uns hier die letzte Prüfung erwartet? Da bin ich mir sicher. Stellen wir uns hier. Bin dabei. Na, ich kann euch schon sagen, das ist nicht die letzte Prüfung. Ich bin da nur ein Spielboss auf der Winterstand, der wir in der Rogier haben. Das hat nur ein Spielbosch auf uns. Ich weiß gar nicht, ob er im Filmbosch auf uns kommt. Wie sollte er aussehen? Ich weiß es gar nicht. Na ja, sehen wir mal. Okay, jetzt sehen wir uns mal den Boss hier an. Was ist das? Mit Sicherheit. Kein heimischer Spezies. Ein BMO. Er greift an. Achso, dieses Teil. Jetzt habe ich total vergessen, dass es der noch piept. Ach du heilige Scheiß, wie groß der Papa ist. Okay. Warte, Autoblock brauche ich ein paar bisschen. Kraft noch. Schutzengel habe ich vier Stück. Nee, die kann ich später gebrauchen. Guck mal Autoblock, das war jetzt ein bisschen dämlich, egal. Ich muss erstmal nicht aufpumpen. Jetzt habe ich den ganzen Kraft bestammelt, für diesen einzelnen Kampf und den anderen da. Und Kraft. Und... 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 Und man sieht den Schaden. Sehr willig. Okay, ich glaube ohne diese... Ohne diese Hilfe von den, äh, Items, die ich da bekommen habe, hatte ich, äh, da dauert der langer, äh, da dauert der Kampf noch länger. Ja, wir haben zwar Schatten, dass du Schattenimpuls machen kannst. Und, okay, ich glaube ohne diese Hilfe von dem, äh, da dauert der Kampf noch nicht, äh, da ist der Kampf noch nicht. Ja, da ist der Kampf noch nicht. Und, okay, jetzt bin ich äh, da ist der Kampf noch nicht, der Kampf noch nicht, ich glaube nicht, der Kampf noch nicht. Und ich, wenn es da ist, würde der Kampf noch nicht sein, oder? setzen kann ich hier echt wie später gebrauchen ich wieder habe dann ist es sowieso gut okay sehen uns mal angreicht ja auch die kraft wurde noch verstärkt wir haben geschlagen über die hälfte schon abgezogen ja 100 pro wir haben über die hälfte schon abgezogen ist gut okay er ist bald tot er ist bald tot wo ist das autoblocken verdammte scheiße was drein gemacht habe weiter muss ich glaube ich wohl an regina benutzen oder eins benutze ich hier ja 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 Stopp! Stopp! Nur zur Sicherheit habe ich das jetzt gemacht. Okay, da kam es in der Tasche. Ich habe gewonnen. Der letzte Angriff von ihm, bevor er stirbt. Schauen wir ihn und genießen ihn mal. Nicht. Sie lebt da eigentlich noch. Das war mal episch. Okay. War der etwa auch nicht die Ursache des Bugs? Keine Zeit zum Jammern. Komm, Sora, wir müssen weiter. Ja, wir müssen wirklich weiter mal. Ich habe hier keinen Bock mehr. Okay, zum Glück. Okay, jetzt nehmen wir uns mal das Schlüsselschwert endlich mal an. Was hat er noch an Fähigkeiten? Oberkritiker. Verursacht kritische Treffer bei jedem Angriff und mit jedem Angriffskommando. Autoblock. So. Nein, nein, nicht zwei Schneider. So. Das ist doch geil. Speichern. Okay, so wenig fehlt mir noch bis zum Level ab. Gut, gut. Dauert er nicht mal lange. Lup. Jep. Ein Sektor 26. Da ist mir einfach mal Schatten durch, hör, aber extra. Viele. und ein Level-Up. Das ging ja schnell. Wie groß ist das Gebiet? Nein. Okay, nur so wenig. What the fuck? Ich wollte mich jetzt komplett verarschen. Geht, Fungis, was machen diese Wichser hier? Oh, ich hatte keiner zu der Party eingeladen. Ja, Schattenhand. Was hat er jetzt gemacht? Hat er jetzt sich ein bisschen unverwundbar gemacht, diese Kacke? Das Stück Scheiße, was da rumliegt. Okay, komm. Die Gegner sind irgendwie leichter geworden. Das kommt mir echt so vor. Und die Ebene ist auch nicht mehr so groß. Da haben sie nämlich gleich dabei... Da kann ich denen loben, dass sie es nicht mehr so groß gemacht haben. Und bald sollen wir einen... Bald bekommen wir eigentlich ein neues Schlüsselschwert. Das Schokobo-Schlüsselschwert. Okay, komm, Cloud. Dann ist der auch tot. Und so. Ah, viel lange gemacht, die Gang. Weil er ist tot. Und... Ich kann sie nicht. Dann ist der auch mal so großartig.